Telefonseelsorge, guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, also... Hören Sie, Sie können hier über alles reden, was Sie bedrückt. Sie müssen keine Angst haben, es bleibt unter uns. Ja, also mir geht's schlecht, ja, so richtig beschissen. Und keine Sau kümmert's. Ich denke sowieso immer alle nur, der Trautmann, ist doch egal, wenn's mal nicht gut geht, aber ehrlich gesagt bin ich so weit, dass ich jetzt dran denke, einfach Schluss zu machen. Ja, ich mach einfach Schluss. Wie wär's, wenn Sie sich einfach mal zusammenreißen und aufhören, hier rumzujammern, das hör ich mir doch nicht länger an. Sie sind wirklich nicht der Einzige, der auch mal gerne etwas früher Schluss machen möchte, aber unsere Schicht geht nun mal bis 22 Uhr. Haben wir uns da verstanden, Herr Trautmann? Ja, ja, ja. Ja, ja.